Wenn wir einfach mal hier schauen, das ist Tastatur und die sollte sich, glaube ich, drehen. Genau, passiert auch schön schnell, also das Tablet ist auf keinen Fall langsam, macht Spaß. Am Display wird natürlich ein bisschen gespart, aber sonst kommt man ja auch nicht auf 149 Euro für ein 8-Zoll-Tablet. Das war es auch schon mit dem Blaupunkt Endeavor 800 QC, hier hinten steht es nochmal drauf. Vielen Dank, dass du geschaut hast, bis zum nächsten Mal und fährst du diesen Schellen zu abonnieren.